Als nächstes haben wir MyZap mit Kopfschmerzen Produziert bei Cobra Aber auch geil, ne? Du willst aus dem Keller hinaus Du bist auf dem Tisch, aber du blickst nicht über den Tellerrand hinaus Ja, sehr geil Dann ist er halten dich nicht auf, denn in Schlosseneid bricht alles, wenn du glaubst Denn immer wenn ich schrei, yeah, seh ich so viele Farben in meinem Kopf wie auf Dein Ja, unser Leben ist gedeihend, yeah, deswegen keinen Bock mehr auf Kopfschmerzereien Immer wenn ich schrei, yeah, seh ich so viele Farben in meinem Kopf wie auf Dein Ja, unser Leben ist gedeihend, yeah, deswegen keinen Bock mehr auf Kopfschmerzereien Auch geile Hook, man, ne? Ich hab einfach keinen Bock auf diese ganzen Kopfschmerzen und so, ja? Ey, manchmal muss man einfach seinen Kopf ein bisschen freimachen, so einfach mal Äh, auf Durchzug so gesehen, ja, damit man diese Kopfschmerzen einfach dann nicht hat Fühle ich Beste Ist auch geil, ne? Seh ich das Problem? Es ist nicht schwer, wir, ne? Was war das hier? Drum fahre ich das Problem Es ist nicht schwer, wir sind Es ist nicht schwer, wir sind Sondern es ist das, was uns prägt Bruder, es ist was uns prägt Es ist was uns prägt Richtig geiler Satz Richtig geil Ja, kleine Kids von Drogen reden ist Normalität Vor Familie oder Freunden steht ja oder mal Püke Und viele Leute sagen, es gibt keinen anderen Weg Doch auch viele haben sich aufgegeben in ihrem System Leute werden krank, oft ist Psyche das Problem Und dann Auch geil, ne? Menschen, oft werden Menschen krank, so eine Psyche ist das Problem, ja? So stark dieser Satz Gehen sie in die Bank mit MP statt DC Ich kenn deine Geschichte nicht, doch sag... Mit der P anstatt mit der, äh, mit der Walter P Anstatt mit der IC Auch sehr nice, ja? Es gibt immer Auswege so Und das ist geil, wie der das erklärt So anstatt Anstatt, dass man einfach so Geld abhebt Ne, man überfällt ne Bank, so, weiss? Ich sag dir für den Weg Ich hab nie an Erfolg geglaubt Ich hab dafür gelebt Denn immer wenn ich schrei Yeah Seh ich so viele Farben in meinem Kopf wie auf Teilen Ja, unser Leben ist geteilt Yeah Deswegen keinen Bock mehr auf Kopfschmerzerei Denn immer wenn ich schrei Yeah Seh ich so viele Farben in meinem Kopf wie auf Teilen Ja, unser Leben ist geteilt Yeah Deswegen keinen Bock mehr auf Kopfschmerzerei Ey, der Song ist geil Ja, sehr schön atmosphärisch Der Sound klingt richtig saftig Auch die Aussage, dass er einfach keinen Bock auf diese ganzen Kopfschmerzen hat Und, ähm Und dann halt auch noch aufzählt, was ihn halt so alles Kopfschmerzen bereitet Finde ich sehr, sehr geil Sehr gut umgesetzt Wirklich Ein sehr guter Song So hier, sehr geiler Song, der die heutige Jugend gut wiedergibt Und die Kopfschmerzen des Alltags Bleibt doch im Kopf dieses Sehr nice Und dann haben wir schon wieder